ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play need for speed hot pursuit remastered ja schön dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute mit den kaps weiter etwas schönes für euch hoffentlich an der presse da müssen wir noch mal ein bisschen ran macht wir sind ein bisschen unter druck und das heißt also nichts anderes heißt dieses kürzen an der presse heißt ja wirklich mit den kopf ich weiß noch nicht wie wir hoffentlich haben wir haben noch eine schwere aufgabe die eigentlich die mit den western dabei ist aber kümmern wir später darum 2 30 für 10.000 kopfgeld drei minuten drei helikopter haben wir und 2 emp um dieses fahrzeug zu auf geht's die luchteinheit und das fiel an der flucht zu hindern aber wo ist das auf der jungen so GMP aktiviert, Fieber erfasst. Verdächtiger hat einen Handelsantrag. Wir müssen einen Energieanspieg beim Versichtigen, seid vorsichtig. Luftunterstützung auf Standby, erwarten Anweisungen. Ging so noch ein Medi drauf. Eigentlich hätte ich noch 2,30 Euro wie Gold. Aber ich muss das Ding auf kurz. Auf Bombsinn, auf Fahrrad ist es egal. Ich sehe Karin dann eigentlich für den. Da. Verdächtige haben das Nagelband verfehlt. Verdächtige haben das Nagelband verfehlt. Luftverfolgungseinheit ist bereit. So, den Heli kriegt er noch mit. Und dann hoffen wir mal, dass wir das Auto dann in stehen bringen. Für eine halbe Minute haben wir noch für das Gold. Nach dem Land hat sich das Fahrzeug nicht abgebremst. Nicht abgebremst, schade. Das heißt, es ist auch noch mal gut. Die Sack, Junge. Der hat aber auch ein Nemo drauf, der Typ. Ich bin ja nicht gestoppt. Ich bin ja nicht gestoppt. Ich war daneben, warte. Ich fahre aber auch genau die Karin da rein. ja tschüss weg da das der setzt mich aber auch dahin ja das war es definitiv ja der ist weg ich habe auch keine chance zu mir noch jetzt ich habe keine einheiten mehr ich habe gar nichts mehr ich kann nichts tun ich muss jetzt erstellen uns über die ganze Zeit kommen Kontakt! Ja, das ist gut. Alter, was hat der für ein irres Tempo drauf, ey! Verdächtiges Fahrzeug hat schwere Schäden. Lange hält er nicht mehr durch. Ich kann fast... Wie lange bin ich da mit dem dringend dran? Oder 50 Minuten, ey. Ich hatte den mal dran, war mal dran. Aber der Titel so eigentlich, ich hab mal wieder weg. Und ich hab auch keinen Kontakt mehr, wenn wir mal ein Fahrzeug haben. So, jetzt ist irgendwann auch mal gut. Und jetzt... Fahrzeug zerstört gecrashed. Kein Auto gecrashed. Verdächtiger wurde festgenommen. Bring ihn rein zum Vorhören. 5 Minuten 31 haben wir gebraucht. Das Ding irgendwann dann zu stoppen. Pfff... War doch schlecht, ey. Naja, gut. Aber wir haben ihn dann doch irgendwie, Gott sei Dank, gepackt. So, okay. So, okay. Ja, das ist halt leider jetzt so, dass wir das nicht anders haben kriegen können. Ach, ich hab keine Algen bekommen. Fangen wir denn hier mal schönes. Nur schnell ein Sitzchen. Oh, hier ist auch ein Recepter. Na gut, dann fahren wir den noch. Die erste Corvette wurde 1953 von Hurley Earle entworfen und nach einem kleinen, manövrierfähigen Kriegsschiff benannt. Die 2005 eingeführte Z06 entstammt der sechsten Generation und verfügt als leistungsorientiertes Modell über einen größeren Motor und ein Aluminiumchassis. Die Einlassventile und Pleuel des 7-Liter-V8 mit Aluminium-Motorblock sind aus leichtem Titan gefertigt. In die Z06, die leichteste aller Corvettes, sind außerdem Technologien aus dem Corvette Racing-Werksprogramm eingeflossen, das in den prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans sechs Klassensiege in den letzten zehn Jahren einfahren konnte. Die sechste Corvette-Generation ist seit 1962 die erste, die keine Klappscheinwerfer besitzt. Jo, das ist der kleine Text dazu. Und mit dieser Z06 gehen wir jetzt auf Jagd. Interceptor bedeutet wieder einen Racer stillen. Ich fahr zwar lieber bei der Hotpass-Suite, das ist mir eigentlich so ein bisschen am liebsten. Aber heute heißt es nur Interceptor. Unter drei Minuten und dann haben wir 10.000 Kopfgeld in der Tasche. Aber, mal gucken. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Duseln. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Grand Ocean Road. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Grand Ocean Road. Herr Föhring, Verdächtiger wurde als geflogen, am Urbestrafter 212 identifiziert. Die beiden? Ne, einfach korrekt, ne? Aber, dass er mich einleitert, finde ich ja noch nicht. Zwei hat er schon mitbekommen von mir. Ja. Alle Kontakt, Fahrzeuge beschädigt. Ja, jetzt ziehen wir aber auch immer wieder ein bisschen weg aus der Geraden. Warte, Kontakt! Mein Wagen ist beschädigt. Ich hab ihn! Der Ring ist festlegen! Der Ring ist einfach, dass er scheinbar sehr robust ist, die Karre von denen. Das ist das. Der Ring ist einfach zu spüren bekommen. Den Schlag neben die Seite. Verdächtiges Fahrzeug hat schwere Schäden. Lange hält er nicht mehr durch. Ah, der mit dem scheiß LKW. Der Ring ist einfach zu spüren. Der Ring ist einfach zu spüren. Der Ring ist einfach zu spüren. Gute Arbeit auch wieder. Ja! Auszeichnung! Irgendwann ist auch mal gut mit mir. Gut, den zweiten Messer, den wir jetzt in Folge geschlagen haben. Und dann haben wir uns immer durch mit dem Kopf. Und dafür gibt's die volle Punktsammel. mit 10.000. Keine Verfolgungsfähigkeit. Die brauchen wir auch. Die braucht man auch nicht. Der ist aber dann doch zu stoppen. Gott sei Dank. So, ein neues Auto haben wir immer noch bekommen. Und zwar eine Dodge Wab S-AT10. So, dann haben wir's. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Morgen um 12. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.